Musik Zehntausende Stahlarbeiter haben heute in ganz Deutschland für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Musik Selber wissen ja, wie wichtig Stahl uns ist. Wir leben ja davon. Aber es war wichtig, dass es auch immer nach außen getragen wird. Musik Ich empfinde das schon als eine Art Strafe, weil die Stahlindustrie wirklich alles getan hat, um sauberen Stahl mit niedrigen CO2-Werten zu produzieren. Wir sagen ja zum Emissionshandel, ja zum Umweltschutz, ja zur Reduzierung von CO2, aber nur unter weltweiten gleichen Bedingungen. Wir erwarten klare Zeichen der Politik. Keine warmen Worte, sondern klare Taten. Dafür sind wir heute da. Wir wollen, dass dieses Herz aus Stahl weiterschlägt. Denn Stahl ist Zukunft. Von morgen ist die Stahlindustrie. Deswegen ist der Dankbruch, Stahl ist Zukunft. Richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Musik Wir fordern von der Politik, helft uns, unterstützt uns, haltet die deutsche Stahlindustrie am Leben. Stahl ist meine Zukunft. Und dafür kämpfen wir. Wir sollten nicht jedes Mal direkt vor den Chinesen in die Hose scheißen. Da muss man mal gegen kämpfen. Und zwar alle zusammen. Musik 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 Vielen Dank.